Als Management Trainee arbeitet man an der Seite von Klinikgeschäftsführern und lernt die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Aspekte eines Krankenhauses kennen. Ja hallo ich bin der Lukas, ich bin Management Trainee bei Helios. Ich bin seit April 23 im Programm und bin damals über die Fachoberschule, über das Pflegepraktikum ins Gesundheitswesen gekommen. Ich habe dann schon gemerkt, das macht mir sehr viel Spaß und ich möchte später mal selber mitentscheiden und mitgestalten. Habe mich dann für eine Ausbildung entschieden als Krankenpfleger mit einem dualen Studium der Pflegewissenschaften. Anschließend noch einen Masterstudiengang gemacht, Management von Sozial- und Gesundheitsbetrieben und habe dann während dieses Masterstudiums mal recherchiert online und bin sehr schnell auf Helios gestoßen. Aktuell arbeite ich in den Helios Kliniken im Osten, das sind die Kliniken Herz-Zentrum Leipzig, das Helios Park Klinikum und die Kliniken in Schgolditz und Leisnig. Ich habe mich für Helios als Arbeitgeber entschieden, weil das der größte Anbieter im Krankenhausbereich ist mit über 80 Kliniken in ganz Deutschland und auch einem sehr sehr großen ambulanten Teil mit vielen MVZ. Weiter, was ich sehr spannend fand, war die hervorragende Behandlungsqualität, die es dort gibt und da war für mich klar, ich möchte davon teil sein. Also ich habe mich für das Trainee-Programm entschieden, weil man einfach super Entwicklungsmöglichkeiten und eine tolle Perspektive hat. Man wird innerhalb weniger Jahren zu einer top ausgebildeten Führungskraft. Wie funktioniert das eigentlich bei Helios? Es gibt ein tolles Ausbildungs- und Seminarprogramm. Man hat auch während den Einsätzen in verschiedenen Kliniken ganz viele unterschiedliche Kulturen kennen, wie die Leute so sind in den verschiedenen Gebieten. Es gibt am Anfang eine Hospitationsphase, dadurch läuft man wirklich alle Teilbereiche in den Kliniken, Logistik, Küche, Pflege, Reinigung, Ärzte, Sicherheitsdienst, was es alles so gibt und man lernt eigentlich das Krankenhaus von der Pike auf kennen. Was mich bei dem Trainee-Programm und bei Helios begeistert ist, man lernt jeden Tag viele interessante Menschen kennen und hat dadurch riesengroße Chancen, ein Netzwerk aufzubauen. Es sind ja über 80 Kliniken, nicht jeder muss das Rad irgendwo neu erfinden, sondern man schnappt sich einfach mal den Hörer, ruft eine Person an, sagt, wie habt ihr denn da und da gemacht und kann sich dann ganz, ganz viel vor- und auch Fachwissen mitnehmen in die eigene Klinik, um entsprechend gut agieren zu können. Und was ich auch ganz toll finde, ist, man hat zahlreiche Projekte, bei denen man wirklich auch anpacken kann und was bewerten kann. Als Trainee bei Helios sollte man ein paar Eigenschaften mitbringen. Das ist zum einen eine gewisse Flexibilität aufgrund der verschiedenen Einsätze in den verschiedenen Regionen, Leistungsbereitschaft, auch Führungskraft zu werden und eine Hands-on-Mentalität in den verschiedenen Projekten und Aufgaben, die man tagtäglich von seinen Vorgesetzten bekommt. Klingt das interessant für dich? Dann bewirb dich jetzt und komm in unser Team. Klische Pfeil traditionell kaputt, wie schweig es sich so darüber entlang da übererscht, Vielen Dank.